Moin Leute und willkommen zum Onimusha-Guide. Ich habe in letzter Zeit öfter mal die Nachfragen bekommen, Samadugi, könntest du nicht mal vielleicht einen Guide über die Onimushas machen oder generell über mehr 4-Sterne-Monster, weil wir hatten ja jetzt schon sehr viele 5-Sterne-Monster-Familien. Also dachte ich mir, ja, die Onimushas sind vielleicht auch eine Monster-Familie, die sehr viele interessiert, weil sie noch recht neu ist. Machen wir doch mal einen Guide, der recht aktuell momentan zumindest ist. Das kann sich ja zukünftig halt noch ein bisschen verändern. Aber zum aktuellen Stand in 2021 der Onimusha-Guide und ich würde sagen, wir springen rein. Der erste Onimusha im Bunde, den wir uns dann mal gemeinsam anschauen wollen, ist der Feuer-Onimusha. Wir gehen alle Onimushas chronologisch durch, für alle, die sie das Format noch nicht so kennen. Ich zeige mal bei Kaki jetzt wieder so ein bisschen, wir reden über die Skills, dann zeige ich wieder so ein bisschen Anwendungsgebiete, wie man ihn nutzen kann und am Ende auch nochmal die Runen, wie man ihn runen sollte, welche Runensets man draufpackt und so weiter. Und das machen wir dann bei allen Onimushas einmal durch. Grundlegend kann ich euch zu den Onimushas sagen, die sind wirklich krass. Also die sind wirklich richtig gut für eine Vier-Sterne-Monster-Familie. Die sind ja damals mit den Onmyochis rausgekommen. Irgendeiner erinnert sich bestimmt nochmal, da war noch so eine andere Monster-Familie, die sind übrigens NetFives, die auch mit den Onimushas dazugekommen sind. Onimushas sind übrigens NetFours, nur das hier nochmal so als Verbildlichung. Und diese Vier-Sterne-Monster-Familie, die Onimushas, die sind so stark, dass man sich schon hätte denken können, als die released worden sind mit diesen anderen Fünf-Sterne-Monstern, die keiner mehr weiß, wie die überhaupt heißen, dass man sich schon hätte denken können, sag mal, kommt, du hast da was verwechselt? Bei den Sternen gerade, ja, dass quasi die Vier- oder Fünf-Sterne-Monster verwechselt worden sind. Also zumindest geht mir das bei den Onimushas im Vergleich zu den Onmyochis so. Die Onimushas sind insane gut, also muss man schon sagen, dass man die sehr häufig einsetzen kann. Die haben sehr, ich muss sagen, das ist eine sehr gute Entwicklung, die man hier sieht, dass man Vier-Sterne-Monster einfach regelmäßig einsetzen kann. Das finde ich, sollten viel mehr Vier-Sterne-Monster haben, auch die ganzen Oldschool-Dinger. Ich denke da so an die Vampire, ich denke da so an die Kitsunen, ja, also da gibt es noch, ich könnte noch zig andere aufzählen, die noch Vier-Sterne-Monster sind, aber irgendwie nie so einen Impact hatten oder haben wie die Onimushas. Und Kaki ist ein sehr guter Vertreter davon. Kaki ist auch ein richtig guter Onimusha. Für ein Vier-Sterne-Monster, ja, ist der richtig gut. Gut, Kaki ist einer, der sehr viel Selbstüberleben mitbringt und gleichzeitig noch insane viel Schaden. Also, obwohl der Kollege schon mal genervt worden ist von Komtoras, macht er immer noch richtig guten Schaden. Die erste Fähigkeit ist so eine Art, ja, Defense-Break und Selbstheilung, die richtig stark sind, die alle Onimushas haben. Die ist richtig, richtig gut, die Fähigkeit, die kann sogar noch bis zu 50% Aktivierungsrate bekommen. Zwei Runden Defense-Break, richtig starke Fähigkeit für eine erste Fähigkeit. Dann, Klingenschlachtung, greift alle Gegner an und wenn jemand getötet wird, kriegen wir einen Aushalten-Effekt, was uns wieder daran verstärkt, quasi einfach nur zu überleben, weil wir sozusagen nicht sterben können durch den Aushalten-Effekt. Also Aushalten für Alten nicht kennen. Theomas, der Ifrit in Wasser, hat ja dieses Ding auch, wenn er quasi auf 1 HP runter oder auf 0 HP runter skippen sollte, kriegt er einfach den Aushalten-Effekt und das kriegt Kaki auch in ähnlicher Form, nur dass er halt Gegner tötet und dann den Aushalten-Effekt bekommt. Und dann haben wir noch den Passiv, der dafür sorgt, dass je mehr Angriffskraft man hat, man sogar noch ein bisschen Defense dazu bekommt und auch noch ein bisschen Defense-skalierenden Damage mit dazu. Grundlegend wollt ihr allerdings die beiden Fähigkeiten, die sind alle Attack-skalierend, also auch wenn hier irgendwas mit Defense steht, wollt ihr beide Fähigkeiten oder generell wollt ihr die Runen möglichst auf so viel wie möglich Attack und jetzt auch keine Crit-Date oder Crit-Damage, weil das, was alle Onimushas quasi gemeinsam haben, ist das gerade letzte Satz hier, kritische Treffer treten nicht auf, wenn der Gegner angegriffen wird. Also Onimushas können nicht critten. Es gibt sogar noch Onimushas, da kommen wir nachher noch zu, die können auch nicht gekrittet werden, ja, also das ist bei dem Kaki hier nicht der Fall, der kann Crits einstecken, aber er kann selber nicht critten. Was so viele Monster wie zum Beispiel die Mihou komplett schlecht macht, also es gibt sehr viele Monster, die in der Vergangenheit mit Crit-Rate Interaktion hatten, das ist beispielsweise unsere Marshall-Kette, die man jetzt mittlerweile schon viel weniger sieht, durch die Onimushas, die quasi nicht sterben konnte, wenn sie gekrittet worden ist zum Zeitpunkt des Todes, dann hat sie einfach überlebt. Mit Onimushas passiert das nicht, ja, oder ich denke so an Rekdol, Rekdol ist auch so ein richtiges Kryptonit, für Rekdol sind die Onimushas, also egal welcher, Onimushas sind richtig gut gegen Rekdol und dann, glaube ich, gab es auch noch, ich weiß gar nicht, wie die Atamiel-Passive funktioniert, aber ich glaube, gegen Atamiel waren die auch nicht so schlecht. Wo ist der Erzengel? Hier ist der Erzengel, Atamiel, Richter-Passiv, wenn du vom Gegner angegriffen wirst und dabei einen kritischen Treffer einsteckst, löst du diesen Passiv hier aus und erhöhst dann noch den Angriffsbrechen und so weiter und so fort. Also hier, alletwas, wo man eine Krit-Rate interagiert, ist natürlich ziemlich, also gegen normale Damage-Stealer ziemlich stark, aber gegen Onimushas setzen die einfach aus. Und das ist, finde ich, sehr gut, ich mag diese Mechanik, also das macht wirklich, hat das Spiel nochmal ein bisschen aufgelockert, finde ich sehr gut, sehr gute Monster-Familie und Kaki ist auch einer davon. Wie nutzt man den Kollegen jetzt? Den kann man jetzt unterschiedlich nutzen, ich selber habe jetzt leider niemanden gebaut, also ich habe keine Asche über meinen Haupt, ich muss noch Onimushas bauen, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Man kann die sehr gut im Gegenden- und Belagerungskampf nutzen, in der Arena-Offense. Also ich kann vielleicht mal ein Arena-Offense-Beispiel zeigen, einfach nur mal, wir spielen es jetzt nicht durch, aber dass ihr mal ungefähr seht, in welcher Monster-Kombi man den spielen kann. Man kann den zum Beispiel in so einer Kombination mit Tiana spielen, habe ich die jetzt hier draußen liegen, haben wir nicht, dann müssen wir doch in den Gegenden- und Belagerungskampf, dass wir quasi Tiana-Gallion spielen, also eure Tiana super schnell, Gallion hinterher, wo bin ich denn jetzt? Hier wollte ich hin, wir gehen hier einmal rein, in den Belagerungskampf beispielsweise, und dann gehen wir einfach mal in Verteidigung rein und greifen einfach mal random irgendwas an. Und wenn man jetzt hier, statt dem Sairos, vielleicht macht man hier den Speedleader rein und macht hier einen Kaki rein, und das kann auch super funktionieren, um dann Leute einfach aus dem Leben zu holen. Also das ist auch eine sehr gute Kombination, in der man halt spielen kann einfach, dass vor dir schon mal ein Setup passiert ist, dass der Gegner vielleicht Schilde und Wille und all sowas verloren hat, du Defense gebraked hast, noch einen Attack-Buff bekommen hast und dann kann der richtig abrasieren. Das kann ziemlich eklig sein, kann ich euch sagen, das kann ziemlich, ziemlich eklig sein. Ansonsten dasselbe geht auch für die Arena in so einer ähnlichen Form, könnt ihr den dort auch spielen, auch in so einer Cleave-Kombination, wo vorher schon Defense-Breaks auf den Gegnern passieren, man selber einen Attack-Buff hat mit Galleon meistens zusammen, sehr gute Möglichkeit. Und in einer RTA kann man den natürlich auch wieder für so eine Cleave-Varianten spielen, gerade da macht er wahrscheinlich auch insane viel Damage. Gucken wir uns doch mal die Runen an, die auf so einem Kaki so unterwegs sind. Wie sollte man Kaki jetzt am besten ruhen? Ich gucke schon direkt in die Net-5-Sektionen, seht ihr, weil die einfach so stark sind, die Jungs. So, Kaki, wir gehen mal hier direkt auf die Erweckte-Variante, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied hat. Wir hatten hier auf jeden Fall einiges gesehen in den Monster-Infos. Bei meinen Freunden bin ich aber, gucke ich, bin ich öfter gerne unterwegs. Hier sind einige gute Beispiele dabei gewesen, wie man die Onimushas ruhen kann. Wir gehen mal vielleicht direkt vorne weg. Kann man die entweder sehr viel, also entweder kann man die auf so einem Fatal-Set bauen, um wirklich diese Thema Attack noch mal ein bisschen nach vorne zu bringen. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel ganz gut über der guten Anubis, ja, die kennt ihr vielleicht auch schon mittlerweile, so ein bisschen aus meinen Videos, Teil meiner Gilde und auch Attack, Attack, Attack ist hier the way to go auf Wille. Ich glaube, Wille ist nicht so schlecht, weil gerade wollt ihr eigentlich keine Defense Breaks kassieren und so eine Spieße. Also ihr wollt generell nicht so super verwundbar sein. Kaki kann auch sehr gut selbst überleben, aber ihr wolltet ganz einfach noch ein bisschen verbessern und dann so viel Attack wie möglich. Das Fatal-Set hilft dabei. Das kann so ein Anfänger-Bild sein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Gudanubis Anfänger ist, aber so kann man, sage ich mal, auch mit Riesenruhen schon, kann man einen Kaki bauen. Muss auch nicht unbedingt auf Wille sein, aber Wille wäre so der optimalste Bild, den man hier so nehmen kann. Das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wie man Kaki baut. Oder wir hatten, glaube ich, hier noch, da gibt es noch die anderen Varianten mit Violent. Also ihr seht auch einige Violent-Bilds in meiner Freundesliste. Was hat Falken so drauf? Der sieht auch ganz okay aus, würde ich sagen. Der ist auch auf Speed Attack Attack. Okay. Also hier würde ich trotzdem viel eher mit dem Tempo, was er drauf hat, würde ich wahrscheinlich viel eher auf Attack 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 gehen, aber der sieht trotzdem schon sehr solide aus. Auf einem Video-Bild, das Zweier-Set, was man daneben noch bauen kann, kann Wille sein. Ja, so wie hier. Der sieht auch sehr gut aus. Der ist auch, ja, der ist in Ordnung. Attack, Attack, Attack. Vielleicht kann noch ein Stück mehr Speed dabei sein, dass er so plus 100 hat circa. Aber der ist schon gut, vor allem ausskillen, weil die, darf man nicht unterschätzen, die machen echt nochmal extra Schaden mit voll ausgeskillten Fähigkeiten. Und dann, ja, viel mehr ist es eigentlich, also bei den, bei den, genau hier ist es wahrscheinlich auch nicht so schlecht, dass man hier nochmal bei verlorener HP, sollte man den so einsetzen, noch ein bisschen zusätzliche Attack bekommt. Das ist durchaus nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob Additional Damage so gut ist bei ihm, weil er hat eigentlich nur die erste Fähigkeit als Multi-Hit. Das ist eher so eine Sache, bin ich mir nicht so sicher. Wir können ja mal gucken, weil die gute Anubis auf ihren Artifacts hatte. Aber ich glaube, Additional Damage ist es eigentlich nicht. ACC, genau, das ist auch was, was ich genau für die erste Fähigkeit, für den Defense Break. Attack, proportional zur verlorenen HP, sowas könnte man machen. Und natürlich Vampire-Effekt, richtig, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Vampire-Effekt ist was, was ja auch gerade für die erste Fähigkeit sehr, sehr helfen kann. Nämlich der Vampire-Effekt ist ja auch anwendbar mittlerweile auf solchen Heilungssachen. Das heißt, wenn ihr hier Vampire-Effekt habt, könnt ihr euch noch mehr heilen. Also hier sind also vor allem der, oh Gott, der hat ja wirklich sehr viel Vampire-Effekt dabei, 34% insgesamt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So kann man den Kaki beispielsweise auch ruhen. Sehr interessante Monster, sehr gute Cleaving-Monster. Also der kann gerade mit seiner zweiten Fähigkeit, Klingenschlachtung ist wirklich wortwörtlich. Ja, also der Name ist Programm. Kann ich euch sagen, wie es ist. Klingenschlachtung ist Programm. Wer mal sehen will, wie der Kaki so ausrasten kann. Ich hatte vor einiger Zeit immer so eine Test-Videos gemacht. Das war allerdings noch vor dem Nerf. Ich hatte auch eins nach dem Nerf gemacht. Ich kann die gerne noch mal verlinken, hier so ein bisschen Footage auch noch mal zu dem Kaki zu sehen. Aber so ungefähr rund man die und so baut man Kakis. Der zweite Onimusha, der Wasser-Onimusha, Suiki, ist sehr ähnlich zu Kaki. Erste Fähigkeit ist analog. Die zweite Fähigkeit geht einmal durch die gesamte Gegnerschaft durch und einmal wieder zurück und dabei heilt sie sich selber. Ja, auch nicht so schlecht. Und dann haben wir hier also Heilung und Selbstüberleben haben bei den Onimushas das anscheinend muss Programm sein. Und dann haben wir hier den Passiv, der dafür sorgt, dass im Hintergrund immer die Attack von Suiki ansteigt. Bis zu 250 Prozent der Angriffskraft kann hier gebufft werden. Immer, also immer 10 Prozent jeweils, wenn ein Monster außer ihm selbst zum Zug kommt. Und dann können wieder keine kritischen Treffer auftreten. Also wenn er angreift, das ist auch nicht so schlecht. Darf man nicht unterschätzen, Suiki kann man deswegen auch sehr unterschiedlichen Runen bauen und sehr unterschiedlich einsetzen. Also entweder setzt ihr den so ein, dass der quasi ein bisschen länger überlebt, ja, und so mit den Stacks quasi dann am Ende sozusagen Late Game hinten raus so richtig scheppert. Oder ihr macht den so ähnlich wie Kaki und baut den einfach, weil die gut mit Damage einfach skalieren, die Onimushas. Also die Fähigkeiten hier, die erste, die wilder Tanz der Geister und auch der Geisterhieb, die skalieren sehr gut mit Attack. Also ihr könnt den auch entweder so richtig schön zum Abrasieren mit Attack putzen, mit Attack, Attack, Attack bauen oder ihr versucht es ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und da habe ich euch jetzt mal verschiedenste Runenbilds einfach vorgezeigt und da möchte ich euch mal vorschlagen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Ich habe da mehrere Screenshots mir mal zuschicken lassen von den Leuten aus meinem Discord, weil jeder das anscheinend ein bisschen anders gebaut hat, immer aber auch für andere Anwendungsgebiete, was ich sehr interessant fand und ich wollte euch das einfach mal jetzt in der Form teilen. So den ersten Onimusha, den ich euch mal hier zeigen wollte, den ersten Suiki, den habe ich hier von dem guten Ralle mal abkopiert oder mir geholt. Der ist auf so einem typischen Shield Will. Also dieses Thema, die wir vorhin hatten mit Galleon und Tiana, wo man halt einfach dafür sorgt, man stript den Gegner, man Defense breakt den Gegner, man hat selber noch Wille drauf, das heißt, man ist eher so in so einer Zweitrundenkombination am Start, man wartet also quasi, man versucht die erste Runde vom Gegner zu überleben und dann mit Wille und Schild, also hier fehlt noch eine Schild-Rune, aber normalerweise spielt man das halt mit Shield Wille. In dem Fall kann es auch sein, dass vielleicht andere Monster in der Kombination, in der Ralle, die das hier benutzt, einfach die Shield-Sets tragen. Den muss ja nicht unbedingt Sulgi tragen, ja, aber um noch mehr die Shield-Sets zu stacken, kann man hier einfach auch auf Sulgi noch eine Schild-Rune mit draufpacken. Hier ist nur Wille drauf, reicht auch völlig aus und dann ist er hier wahrscheinlich, ihr seht es schon an den Attack-Werten, ich habe jetzt die einzelnen Runen, zeige ich euch jetzt nicht, aber ihr seht es an den Stats einfach. Mit 2021 wird der auf einem Attack-Attack-Attack-Bild sein, mit nur 97 Speed wird bei der Runenqualität, die Ralle hat, wird der wahrscheinlich auf einem Attack-Attack-Attack-Bild sein und nicht auf einem Speed-Attack-Attack, sondern der wird wirklich komplett auf diesen Attack-Bild gehen, ja. Und sorgt eben dafür, dass ihr die zweite Runde kriegt, dann haben die Gegner alle ihre Spades erstmal grundlegend für ihre erste Runde raus, ihr Defense breakt die und dann kommt Sulky und rasiert ab. Dann nehmt ihr noch nicht so richtig den Passiv mit, ja, das ist eher so eine recht einfache Kombination, die man hier trotzdem spielen kann, weil wie gesagt, die Fähigkeiten skalieren sehr gut mit Attack und können auch schon so benutzt werden ohne den Passiv. Das wäre eine Möglichkeit, wie ihr Sulky spielen könnt und jetzt zeige ich euch mal noch eine andere. Hier ist zum Beispiel eine andere Möglichkeit, wie ihr Sulky spielen könnt, ist im Gehirn- und Belagerungskampf, wenn ihr gegen so etwas wie Karkano-Devs ran müsst. Diese Karkano, Triana und Vigua oder Eschir-Devs, die sind ja ziemlich eklig und die kann man mit beispielsweise zwei Wassermonstern und einem Wind-Tank spielen und eins der Wassermonster ist Sulky. Sulky wird dann meistens hier noch mit einer Lulu gepaart oder einem Wusa oder so was in der Richtung, je nachdem, was man halt spielt und was für einen Taumer man auch spielt und dann wird da ein Windmonster und im besten Fall dann der Windgargoyle, also M'Light heißt der, glaube ich, mit dem zusammengestellt und dann ist der hier sozusagen eher darauf aus, der ist hier, glaube ich, mehr so auf einem, ich denke mal, der hat ja sogar vielleicht sogar eine Defense-Rune, der könnte eventuell auch eine Defense-Rune noch haben, also ihr seht hier, also der wird dann auf den Hauptattributen eher so auf, sage ich mal, HP, Attack, Defense oder so was in der Richtung sein mit sehr viel Resi, 100 Resi, nicht so schlecht, ja, und dann sogar Gegenangriff auch für noch mehr Toxicity, so kann man den beispielsweise auch bauen, ein bisschen anderer Bild, mehr so auf Aushalten ausgelebt und mehr so für den Gehlen- und Belagerungskampf, wenn man vielleicht nebenbei sogar noch einen Support hat, der ihn noch mit beschützt, sodass quasi sein Passiv in Ruhe hochstecken kann und er einfach überlebt und eklig ist und gerade mit dem Gegenangriff, darf man ja nicht vergessen, die erste Fähigkeit hielt ihn ja auch wieder selber, hatte ja auch noch ein bisschen Self-Sustain, also ist schon nicht so verkehrt, Sulky kann ja einig an Damage machen und das wäre eine Möglichkeit für den Gehlen- und Belagerungskampf noch, die ich euch auch noch zeigen wollte, wir gucken uns noch zwei weitere Bilds an, Sulky ist durchaus ein sehr flexibler Monster. Natürlich dürfen wir auch die Vio-Runen nicht fehlen, es gibt natürlich auch Sulkys mit Violent-Runen, selbstverständlich, zum Beispiel den hier vom guten Shinsal, der nutzt diesen Sulky-Bild hier sozusagen wieder auch ähnlich wahrscheinlich, wie es die Guden-Anubis nutzt, sozusagen mit einem Wassermonster und einem Windtank gegen Karkano-Devs, kann ich mir das sehr gut vorstellen, im Gehlen- und Belagerungskampf, hier allerdings auf Violent und nicht auf so einem Gegenangriff, ein bisschen mit Fokus noch für den zusätzlichen einfach ACC, um wieder in den Defense-Break landen zu können und Violent-Proc immer für ein bisschen ARNG, der Glücksspieler, man kennt sich auch als Glücksspieler, da braucht man auch mal den einen oder anderen Proc und der Kollege wird hier wahrscheinlich, so wenn ich die Werte so sehe, wird da mindestens eine HP-Prozent-Rune dabei sein, vielleicht HP-Attack-Attack oder sowas oder vielleicht auch zweimal HP-Attack, sowas in der Richtung, werden hier die Runen sein, die aufs 2-4-6 verbaut sind, dabei wichtig ist ja eigentlich gar nicht die Runen-Werte, sondern eher die Stats, die die Monster haben, das solltet ihr mittlerweile ja eigentlich schon wissen und ja, so kann man Sulgi dann bauen, die Artefakte könnt ihr wahrscheinlich bei Sulgi sehr genauso nehmen, wie sie auch bei Kaki gezeigt worden sind, also der Vampir-Safe-Effekt macht wahrscheinlich ja auch sehr viel Sinn, einfach wieder hoch zu leachen sich, dass man einfach am Leben bleibt oder halt ein bisschen mehr ARCC aus den Artefakten noch zu bekommen für die erste Fähigkeit, solche Sachen. Ein letztes Bild habe ich sogar noch für Sulgi, dann sind wir auch schon durch mit dem Kollegen Sulgi und der ist auch wieder vom guten Schinsal. Und zwar ist das dann der Bild hier, der ist auch wieder auf Violent und Frost in dem Fall mit 100 Resi, ja, der ist sogar sehr tanky unterwegs, also der wird auch safe eine Defense-Rune dabei haben. Ich gehe mal davon aus, dass hier vielleicht so etwas wie HP, Defense oder Attack-Prozent drauf ist, mit den entsprechenden Sub-Eigenschaften dann auch noch der Speed erreicht oder vielleicht auch so etwas wie Speed-HP-Defense oder Speed-HP-Attack, I don't know, aber vielleicht, also ich kann mir sehr vorstellen, dass hier nicht unbedingt eine Attack-Rune dabei ist, weil die Attack-Werte, wenn ihr die seht, die sind nicht, die sind nicht allzu hoch, ne, 766, aber das ist ja auch nicht so schlimm mit Sulgi, weil der stackt ja seinen Attack, kann ja noch hochstacken und hier ist es ja eher wichtig, der Fokus ist hier wieder darauf zu überleben, 100 Resi sorgen dafür, dass er möglichst wenig CC kassiert und irgendwie in Bedrohung kommt und dann kann man den hier auch wieder sehr gut nutzen in der Realtime-Arena, wieder gegen so, was ich vorhin angedeutet habe, ne, Ragdoll und also, der kann auch in der Realtime-Arena, macht Sulgi auch sehr viel Spaß, kann ich euch sagen, da gibt es so einige Möglichkeiten, wo man Sulgi spielen kann und ja, vielleicht machen wir demnächst auch nochmal so ein paar mehr Monster-Spotlight-Videos, aber ich finde mal, hier auch noch Footage mit reinzubringen, wie man die Monster spielt, das sprengt das Video und macht dann einfach noch länger, vielleicht müssen wir mal mehr Monster, einzelne Monster auch nochmal zeigen, wie man die am besten ja einfach auch nutzt in der Realtime-Arena. Der nächste Onimusha im Bunde ist Fuuki und Fuuki ist so ein bisschen vom Gefühl her für viele so der ungeliebte Bruder von allen anderen Onimushas, also gefühlt am Anfang war er immer so als der schlechteste verschrien, dabei ist das gar nicht so, wenn man weiß, wie man hier ruht, Fuuki ist auch wieder ein sehr gutes Monster tatsächlich, was auch in letzter Zeit zumindest, was ich so wahrgenommen habe, durchaus an Stärke gewonnen hat und auch viel beliebter geworden ist, als es am Anfang vielleicht noch der Fall war, als die Onimushas noch frisch rausgekommen sind. Fuuki hat wieder sehr ähnlich zu Kaki die gleichen Fähigkeiten, also wirklich identische Fähigkeiten zu Kaki, nur mit anderer Farbe, finde ich persönlich aber auch in Ordnung, weil man muss ja Monster nicht immer überkompliziert machen und dann ist einfach nur der Passiv dazu, kalkulierte Aufopferung, man verringert sich selbst die HP, also die aktuelle HP wird verringert und man fügt dadurch dann zusätzlichen Schaden zu in Höhe von 20% der verlorenen HP. Das bedeutet, dieser Fuuki, wenn er sehr viel HP hat, kann dieser zusätzliche Schaden ja auch durchaus sehr viel ausmachen und es ist wieder so ein Bonus, der noch dazu kommt zu den restlichen, ja schon sehr gut skalierenden Fähigkeiten hier. Am Ende steht hier wieder genau das Gleiche, dass hier sozusagen kritische Treffer nicht auftreten können, wenn er angreift, das haben ja die Onimushas alle quasi gemein und das ist sehr gut und man muss ihn aber allerdings sagen, aufgrund des Passivers ruht man ihn jetzt trotzdem etwas anders und er spielt ihn auch ganz anders als man quasi den, ja wie heißt er den, also Suuki kommt vielleicht noch am ehesten ran an Fuuki vom Bild her, als er beispielsweise Kaki der Fall ist. Also Kaki ist wirklich so eher in Richtung nach vorne, ja rein und Fuuki hat zwar sehr ähnliche Fähigkeiten, aber wird nochmal ein bisschen ganz anders gebaut und da möchte ich euch auch nochmal ein paar Runenbeispiele zeigen, einfach wie man Fuuki bauen kann. Zu den ersten Fuuki-Bild, den ich euch mal zeigen möchte oder Fuuki-Bild, Fuuki, also da sind zwei U's drin, deswegen betone ich die zweite U nochmal, egal, wir wollten ja über die Runen reden, ein Runenbild, den man hier mal sehen kann, auch vom guten Shinzaal, der den Fuuki ja schon mal gebaut hat, ist der hier, der ist hier auf einem Attack HP HP Bild, ihr kann jetzt nicht draufklicken, weil es hier nur ein Screenshot ist, aber ich kann euch sagen, der ist auf Attack HP HP, dieser Fuuki, man sieht es auch schon, hier ist ein recht hoher Attack Wert mit drin und gute HP Werte und natürlich ist ja wieder genug Speed, ja, also hier sind keine Speed Runen in Slot 2 drin, sondern das ist hier alle Substats, die hier noch mit reinkicken, auf Violent Frost wäre ein Vorschlag, wie man quasi Fuuki oder Fuuki runen kann, dann gehen wir mal weiter noch ein, nächsten Bild, das Bild hat sich jetzt verändert, Leute, das ist ein anderer Bild, wir haben mal ein bisschen, oder der Herr Aal hat mal ein bisschen rumgespielt, auf einem anderen Vio-Bild, Vio Revenge, auch eine Möglichkeit, ihr wisst ja, die erste Fähigkeit, wenn die revenged, kann er sich wieder selber hier in Defense breaken und selbst das Setup setzen, mit hohen Resi-Werten, also der kann hier bis auf 94 Resi geht das Ding hier hoch und der ist hier, und dieser Fuuki ist ja mehr auf diesen HP-Bild ausgelegt, also der ist wahrscheinlich auch auf Triple HP, also HP Prozent, HP Prozent, HP Prozent und hier ist mehr der Fokus darauf, wirklich Leben aufzubauen, trotzdem schnell zu sein, diese Resistance zu haben, ein bisschen ACC, vielleicht kann man hier noch ACC aus den Anefakten holen, ja, und dann halt vielleicht auch wieder dieses Vampir-Zeug, was auch schon bei Kaki am Start war, da muss man halt gucken, was man über die Anefakten so machen kann und dann haben wir noch als allerletzte Möglichkeit, das ist der hier, der ist ein Stück schneller, guckt euch das an, der ist sogar auf Vio, holy shit, der hat plus 162 auf Vio und der ist natürlich dann, also jetzt mit den Speed-Werten, das kriegt ihr schwierig, nur noch ohne Speed, Rune auf 2 hin, der ist auf Speed HP, HP, also auch wieder der Fokus hier sehr auf HP und die anderen Werte, die kommen dann mit über die Subsets, auch wieder möglichst hohe Resi, die ist hier bei 88, schlägt die dann irgendwann ein und hier wieder auch 24 ACC um wenigstens den Defense Break auf der ersten Fähigkeit setzen zu können, gerade durch den Gegenangriff ist für einen Fuuki gar nicht so bad, den hier mit zu nutzen. So, und wo nutzt man Fuuki jetzt vor allem? Also der Fuuki wird wahrscheinlich sehr regelmäßig im Gild- und Belarungskampf kann man den nutzen, man kann den vielleicht in so einer Defense hier stellen mit Tesarion, Lulu zusammen, dass sie einfach, die halten sich alle sehr lange am Leben, können ziemlich eklig sein mit guter Runequalität, können ziemlich eklig sein, man kann den glaube ich sogar auch mit einem Kakano zusammenstellen, ob das jetzt unbedingt mit dem Chilling sein muss, weiß ich nicht, aber zumindest im Gild- und Belarungskampf findet Fuuki auf jeden Fall sehr gutes Anwendungsgebiet momentan, vielleicht auch in der Kombination hier mit Kakano, Lulu und Fuuki, ja je nachdem wie schnell man den dann baut, den Fuuki muss man immer schauen, aber Fuuki findet man jetzt auch sehr regelmäßig im Gild- und Belarungskampf wieder in der Real-Time-Arena kann man den wahrscheinlich auch spielen, allerdings ist da das große Problem, dass ja je länger der Kampf dauert, geht ja die HP runter, ich meine gut, die Attack geht hoch, wovon die Moshas an sich generell profitieren, weil die ein hoher Attack-Scaling haben und Attack wirklich der einzige Damage-Wert bei denen ist und deswegen haben die auch so eine hohe Attack-Scaling, wahrscheinlich kann man den auch in der Real-Time-Arena sehr gut spielen, der wahrscheinlich auch in so einer Bruiser-Comp würde ich fast schon denken, aber das ist wieder unterschiedlich, je nachdem was man da spielen will und was man noch am Monster-Pool hat, muss man halt gucken, wie man da sein Fuugi mit reinbekommt. Vierter Onimusha im Bunde ist noch keine D-Net-Five, obwohl man denken könnte, dass Kinky ein sehr starkes Monster ist und von den LD-Varianten her auch, holy shit, es gab, bis Kinkys Passiv mal angefasst wurde, ihr müsst euch vorstellen, der war mal hier glaube ich bei 25%, wenn ich mich rechthensinne, war das noch mehr, auf jeden Fall steht hier, der Passiv sorgt ja dafür, dass er kontert, wenn der Schaden, den du vom Gegner erhältst, weniger als 15% seiner Max-AP beträgt, das heißt schon, wir wollen den wahrscheinlich recht tanky bauen und bei Kinky ist es so, dass das mal deutlich höher war und Kinky kann dazu führen oder konnte eine Zeit lang dazu führen, wenn man Kinky hat, dass manche Leute, die in der Arena Defense Kinky reingestellt haben, weil, was man hier auch noch nicht überlesen darf, ist, der beim Passiv ist mit der letzte Satz, kritische Treffer treten nicht auf, wenn man angegriffen wird, das ist sehr, sehr wichtig oder den Gegner angreift, das kennen wir ja schon, aber gerade der erste Satz, kritische Treffer treten nicht auf, wenn man angegriffen wird und trotzdem ist dieses andere noch davor, das heißt, wenn du weniger als 15% seiner Max-AP als Schaden machst, kontert er und wenn der kontert, kann er sich wieder hochheilen, mit der ersten Fähigkeit, das kennen wir ja schon, Klingenschlachtung ist genau das gleiche, was auch Kaki konnte und was auch Fuki konnte, das kennen wir beide schon, aber gerade dem Passiv sorgt dafür, dass Kinky eine Zeit lang so stark war, dass manche Spieler, die nicht mal im Guardian-Bereich vorher Fuß gefasst haben in der Arena, teilweise G3-Niveau erreicht haben. Für alle, die nicht wissen, was G3 ist, Guardian 3 ist quasi der höchste Arena-Rang, den es gibt, ist Legende und Guardian 3 ist das Tier darunter. Ja, so stark war Kinky, dass es wirklich eine Zeit lang für viele Spieler sehr schwer war, Kinky-Defenses zu schlagen. Was ihn, ja, was ihn in Komto als Fokus gerückt hat am Ende und am Ende wurde der Passiv dahingehend verändert, dass er glaube ich jetzt nicht mehr 25%, sondern jetzt 15% der Max-HP beträgt. Das heißt aber auch allerdings, sein großes Kryptonit ist natürlich so, als wenn Bomber hier dabei sind. Also wenn Bomber, die können ja quasi, die kritten ja mit ihren Bomben nicht und die können sehr hohen fixen Schaden auf ihn draufschmeißen. Das ist natürlich für Kinky ein Problem, weil dann wird der Passiv hier nicht unbedingt ausgelöst und kritische Treffer treten bei Bomben ja sowieso nicht auf. Das heißt, damit könnte man Kinky schon fertig machen. Aber viele Leute sind immer noch bei den Luschen-Kombinationen und gerade mit Luschens kann man Kinky sehr selten wegmachen. Wahrscheinlich kann man Kinky am ehesten wahrscheinlich auch mit Karkis töten, weil die können ja auch nicht kritten. Kinky-Devs war eine Zeit lang, ich glaube mittlerweile sind es immer noch, haben immer noch Leute Schwierigkeiten mit Kinky-Devs in der Arena-Defense. Das heißt, ihr hört jetzt schon raus, wo kann man Kinky jetzt spielen? Natürlich in der Arena-Defense immer noch, bin ich der Meinung. Viel zu wenig Leute haben Bomber-Offenses, beziehungsweise gute Bomber-Offenses, die man auch irgendwie spielen kann oder halt andere Offenses, die Kinky schlagen könnten in einer adäquaten Zeit. Das geht ja auch vor allem in der Arena, geht es ja auch gerade, wenn man in Richtung Rush-Hour guckt, also immer sonntags ab 21 Uhr ist ja meistens so, die Rush-Hour, dass man da noch mal kurz bevor die Rankings zugemacht werden, noch mal alles gibt sozusagen. Kurz, da geht es ja vor allem auch darum, dass man sehr schnell Defenses cleanen kann und wenn da so Monster wie Halfas stehen oder wenn man nicht weiß, wie man mit Kinky umgehen kann, dann können die Kämpfe lange dauern oder man verliert sogar, ja, was ja dann noch schlechter ist. Das heißt, Kinky ist ein ziemlich anstrengendet Monster oder kann das sein, wenn man nicht weiß, wie man dagegen spielen muss. Wir gucken uns mal die Runen an, da habe ich auch wieder was vorbereitet. Bevor wir uns allerdings die Runen angucken, machen wir jetzt mal andersrum, ein bisschen auflockern, wir gucken uns mal die Nutzungsinfo an, wo spielt man ihn jetzt quasi. Man kann ihn wahrscheinlich, ja, man kann ihn im Gehlen- und Bedarungskampf nutzen, aber da habe ich ihn ehrlich gesagt nie so häufig gesehen. Also ich glaube, bei uns in der Gilde haben wir sogar Leute, die die Kinky besitzen und auch in die Gehlen- und Bedarungskampf-Defenses gestellt haben. Hier wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo man Kinky einsetzen kann oder wo jemand aus unserer Gilde, der gute Muckefuck, Kinky beispielsweise einsetzt und da kann man nix sagen, sogar recht erfolgreich. 30 zu 7 steht diese Defense. Ja, ich zeige euch natürlich jetzt nicht die Runen unbedingt, weil es halt in der Defense aber ich kann euch gleich nochmal ein paar Runen zeigen, wie man Kinky ungefähr baut und wie der Kinky hier auch ungefähr gebaut ist. Der sieht sehr gut aus, ja, das ist eine Möglichkeit, wie man hier den Kinky in die Defense stellen kann. Nun weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht noch bessere Alternativen gibt sogar zu Kinky-Devs, aber so häufig sehe ich persönlich Kinkys, zumindest im Guardian-Bereich unserer Gilde liegt hier im Guardian-1- bis Guardian-2-Bereich meistens, was zu dem Belagerungskampf angeht. Also wir sind hier gerade auf Rang 112 mit dem Mercedes-Team und ab und zu pieken wir auch mal in Guardian-2 rein, so wie ihr das hier im Hintergrund schon seht. Wir haben erst letztens wieder gegen Guardian-2-Leute gespielt, also so ein bisschen höheres Niveau schnuppern wir auch schon mal ab und zu dran, aber egal, also Kinky-Devs sägt ja nicht so häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich die im Gehirn- und Belagerungskampf für die Kinky dann nicht so unbedingt sehen, man kann den sehr gut in der Realtime-Arena, sieht man den doch mal häufiger, kann man den durchaus mal spielen in seiner Welt-Arena, wenn man ihn denn besitzt. Da habe ich auch schon mal Kinkys gesehen, aber ich glaube, Kinkys sind eher so, das ist kein First-Pick, den man sofort reinpickt, sondern so weit spielt man wahrscheinlich erst so als Viert, Fünf-Pick, wenn überhaupt. Also ähnlich wie mit Antares, so gegen man davon aussitzt, sind eher so reaktive Picks, die man nicht gegen alles spielen kann. Und ansonsten in der Arena-Defense natürlich kann man eine Kinky natürlich auch reinstellen mit irgendwelchen anderen Tanks. Hier beispielsweise so wie meine tolle Arena-Defense hier noch ein Kinky mit rein, wäre wahrscheinlich auch für viele ziemlich toxik, wenn Doppel-Halfers nicht schon toxik genug ist, kann man hier wahrscheinlich auch noch ein Kinky mit reinstellen, wenn man ihn denn hat. Also Kinky war für viele eine Zeit lang ein großes Problem in der Arena-Defense und hat für viel Furore gesorgt in den Rankings, dass die Leute einfach teilweise nur, weil sie einen Kinky hatten, wirklich richtig nach oben geklimmt sind, einfach weil sie diese Monster gezogen haben und ein bisschen geruhnt gekriegt haben. Wenn wir schon mal über Runen reden, dann gucken wir uns doch mal die Runen hier an von dem Kinky von dem guten Shinsal. Der hat seinen Kinky mal bereitgestellt für das Video hier und meinte so, ja, das kannst du ruhig zeigen, kein Problem. Den Kinky kann man hier für den Gen- und Belahmungskampf geruhnen. Der ist auf Violent, Violent Guard, ja, also wieder eher so ein bisschen mehr auf Überleben getrimmt. Ich tippe mal, dass hier wieder, hier ist mindestens eine HP- und eine Attack-Prozent-Rune drin und da muss man gucken, wahrscheinlich eher, ich würde sogar fast schon sagen, zwei HP-Prozent-Rune, dass der hier auf HP-HP-Attack-Prozent ist. So sieht es zumindest für mich aus, dass der Kinky wieder keine Speed-Rune trägt, obwohl der recht hohe Speed-Wert hat. Vielleicht hat er auch eine Speed-Rune drin, da bin ich mir jetzt sicher, aber ja. Violent wäre hier eine Möglichkeit, natürlich ausskillend, ja, aber auch gehört, dass manche Leute Kinkys deviln, ja, also devil-monster nutzen, obwohl es ein Vier-Sterne-Monster eigentlich ist, ja, man wundert sich, es ist ein Vier-Sterne-Monster, so wäre eine Möglichkeit, wie man ihn ruhen kann. Eine zweite Möglichkeit, die man vielleicht ein bisschen häufiger auch wahrnimmt, ist in der Realtime-Arena, Kinky, hier vielleicht mit so einem Despair- oder Qualset auszuruhen, also hier sehen wir dann, seht ihr das? Ja, genau, wie hier sehen wir die Qualruhen, was dazu führt, was wir gerade, wenn er diese Counter-Attack ausführt, dass er dann auch noch das gleiche, dass er nicht stunnen kann, also Defense-Breaken und Stunnen, es sei denn, dass euer Gegner halt Wille trägt, dann passiert das natürlich nicht, aber wenn er keine Wille trägt und diesen Counter-Attack durch den Passiv auslöst, plus den Defense-Break und dann noch einen Stun durch den Qualset, das ist natürlich ziemlich eklig, dann ist der hier wieder auf Überleben getrimmt, also der wird hier auch wieder safe 2 HP-Prozentruhen und eine Attack-Rune tragen und der Rest kommt über die Sub-Sets rein mit Speed und Defense, 100 Resi möglichst anpeilen, der hat 96 Resi, also der Kinky kann gerade für die Arena, für die Welt-Arena ziemlich eklig sein, wenn man da nicht aufpasst, dass man den nicht irgendwie vorher rausband oder irgendwie eine Lösung hat, wie man Kinky am Ende schlagen kann. Mit Ongi-Yoki hat sich Konto als nochmal ein Onimusha ausgedacht, wo ich nur sage, brah, die Onimushas sind so schon ziemlich stark und bei Ongi-Yoki hat Konto einfach noch einen draufgesetzt und gesagt, ah, ist doch ein ADNet-5, warum, warum, wir kleckern nicht, wir klotzen, also ich kann euch sagen, wenn ihr einen Ongi-Yoki besitzt und bisher noch nicht aus dem Fighter-Bereich rausgekommen seid, farmt Rune, also das ist wirklich Ongi-Yoki, der kann, also ein gut geruhnter Ongi-Yoki rasiert euch komplett gegen den Strich ohne Schaum, ja, komplett ohne Schaum, Leute, also der Kollege kann richtig viel drücken, richtig viel Schaden, der hat die ersten beiden Fähigkeiten, die auch Suiki hat, also ihr erinnert euch, der Wasser Onimusha, die beiden ersten Fähigkeiten hat der auch, zusätzlich hat er sogar noch einen Leaderskill, den sonst eigentlich kein einziger Onimusha hat, sonst Leaderskills, aber das ADNet-5 natürlich und das ist aber nicht das OP daran, warum der gegen den Strich ohne Schaum komplett rasiert, sondern der Kollege hier hat die Fähigkeit unbezwingbar und das ist quasi passive Fähigkeit und hier steht, wir lesen uns das mal gemeinsam durch, kritische Treffer treten nicht auf, okay, das kennen wir schon, wenn der Gegner angegriffen wird, also der kann nicht kritten, gut, aber der Schaden wird um 50% erhöht, wait, das hatten die anderen Onimushas nicht und die anderen Onimushas, die drücken schon recht ordentlich, okay, dann steht da, man wird unter Unfähigkeitseffekten nicht besiegt, also das heißt, Stun, Sleep, Freeze, alles, was da passieren kann, wenn du in dem, wenn du in diesem Zustand bist und quasi auf Null gerätst, wirst du nicht besiegt, okay, wenn der Zug beginnt, werden alle Unfähigkeitseffekte, die einem selbst gewährt werden, entfernt, was, also das heißt, wenn du in seinem Unfähigkeitszustand bist, werden alle Unfähigkeitseffekte, sobald du deine Runde bekommst, entfernt und jetzt kommt der Kicker und der Schaden wird bei diesem Zug zusätzlich um 50% erhöht, Hä? Also der kriegt einfach nochmal 100% Bonus Damage, ich meine, wer die Onimushas kennt, die drücken so schon ordentlich Damage und Onkiyoki, der ist der Meister des Damagedrückens, sage ich nur, also der drückt euch richtig ins Gesicht, also der, das Wort Angriff sollte man hier wirklich noch mit drei Ausrufezeichen versehen, also ich weiß nicht, hier müsste eigentlich das einzige Monster, was noch drei Ausrufezeichen kriegen müsste, wäre Onkiyoki, Also Angriff ist hier wirklich die beste Verteidigung, kann man fast schon sagen, also wo man vielleicht hat sich kaum zu was gesagt, na gut, die anderen Onimushas sind ja alle so ein bisschen mehr defenselastig, dass sie sich selbst am Leben halten können mit bestimmten Passivfähigkeiten, Onkiyoki will gar nicht am Leben erhalten bleiben, weil der macht einfach alle nieder, ne? So ist das, also Onkiyoki ist ein Monster, kann ich sagen, ich zeige euch gleich nochmal die Runen von jemandem, der damit schon Legend erreicht haben soll, wurde mir berichtet, aus verletzlichen Quellen, sag ich mal, ne? Und dieser Onkiyoki ist ziemlich, ziemlich stark und ihr könnt den, ja, sehr, sehr gut benutzen. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Runen an und dann die Anmeldungsgebiete. Ein Runenbeispiel konnte ich euch sogar aus der Monster-Info fischen, von dem guten Hardlife, ja, das kann man sich so angucken, das sind sehr, sehr solide Runen, also das sind sehr gute Werte, also da kann man durchaus sagen, endlich mal jemand, der einen RDNet5 hat und Runen, ja, da gibt es ja nicht so viele von und Speed-Attack-Attack ist hier der Wert, also hier anscheinend noch, also das finde ich sehr, sehr weird, dass man, also wir haben ja schon mal zwischendurch die Runenqualität von Jinza beispielsweise gesehen, also der Kollege hat ja auch manchmal plus 123 oder noch höhere Speed-Werte und hat hier keine Speed-Rune aufs Fad 2, trotzdem ist es immer noch in Ordnung, also hier sieht man die Runen, die hier teilweise drauf sind, auch so hat hier sehr gute Runenqualität an sich, Speed-HP, Speed-Attack-Attack, ich bin schon auf HP, wenn ich keine Speed-Rune sehe, bei sonst allen anderen Monstern ist es immer Speed-HP-HP, wenn du auf Slot 2 mit Speed unterwegs bist, ja und der Kollege, ja auch wieder Vampireffekte, also die Vampireffekte, alter, 23% Vampireffekt, 17, also Vampireffekt ist glaube ich auch was, was sehr gut auf den Onimushas passt, weil die auf beiden Fähigkeiten hier zumindest auf Suiki und auf Ongeyoki, weil die einfach sehr stark HP saugen, auf erster und zweiter Fähigkeit und das kann natürlich sehr helfen und ihr werdet das wahrscheinlich, ihr werdet Ongeyoki deswegen nämlich auch in so einer typischen Galleon-Tiana-Kombination spielen, entweder in so einer Slow-Cleave, wobei Slow-Cleaves, also quasi ihr wartet auf die, ihr wartet auf eure Runde, lasst den Gegner angreifen, wartet auf eure Runde, nehmt ihn dann alle Bonis, Defense-Breaket und Attack-Bufft euch und, also Defense-Breaket den Gegner, Attack-Bufft euch und dann geht ihr mit Ongeyoki rein, ähm, das wäre eine Möglichkeit, also wir sehen das hier vielleicht auch nochmal in der Nutzungsinfo, in der Nutzungsinfo vielleicht so ein typisches Beispiel zum Anwendungsgebiet ist, äh, ein Ongeyoki, womit, mit, mit, äh, Tiana-Gallion zusammen, also haben wir noch eine Töne, vielleicht mit, mit Verath würde ich, fühle ich überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was Verath da mal verloren hat, vielleicht habe ich da auch was verpasst irgendwie, ähm, aber so diese typische, was ich eher so sehen würde, da könnte man so ungefähr so eine Lösung, wenn man keine Tiana hat, denkt euch für Verisa hier einfach eine Tiana, äh, also, ne, eine Speedlead, Tiana-Gallion und dann den Ongeyoki hinterher, damit kann man eine Menge abschnetzeln, also gerade weil die Dinger ja auch nicht kritten, kann man damit wirklich, also der macht wahrscheinlich sehr viel Schaden, äh, auch schon auf dem ersten Weg, der geht ja mit seiner zweiten Fähigkeit, geht ja einmal hin und einmal zurück, ne, da macht der schon, da kann der bestimmt sehr viel abrasieren, also, gegen den Strich, ohne Schaum, Leute, ne, also das ist, genauso kann man den nogenen Belahrungskampf wahrscheinlich nutzen, wieder in so einer Slowcleave-Variante mit Gärlin und Tiana, äh, Ongeyoki, also auch eine gute Möglichkeit, ähnliche vielleicht dann auch, äh, in der Realtime-Arena, ja, ähm, so kann man Ongeyoki beispielsweise nutzen, ich glaube, das einzigste Kryptonit von Ongeyoki ist, dass, wenn er unter Unfähigkeitseffekten leidet und da nicht mehr draus rauskommt, weil ihr quasi eben den Angriffsbalken permanent klaut, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihm das, dass er dann das einzigste Kryptonit ist, oder halt so was wie Tesarion ihm sein Passiv klaut, ja, aber auch dann sind die, also, die erste und die zweite Fähigkeit, die drücken trotzdem noch insane, also, äh, ja, aber ihr könnt da, glaube ich, auch wieder krypten, ne, also da muss man auch wieder gucken, ob das, äh, irgendwie anders noch interagiert. Zeige euch mal zum Abschluss nochmal die, äh, ein ziemlich insane Ongeyoki, nur mal, dass ihr gesehen habt, wie das, ne, so wie die kann, wie könnte die Zukunft auf eurem Account so in 20 Jahren vielleicht mal irgendwann aussehen, eventuell. So Leute, und hier haben wir einen Ongeyoki, der eine sehr hohe Ruhnqualität hat. Ich hab leider nur ein Screenshot davon und konnte nicht, äh, selber drauf zugreifen, beziehungsweise, hab einfach nicht die Kontakte dafür, hab mir aber von dem guten Novo das mal zuschicken lassen, und, ähm, ha, guckt euch die Werte an. Linke Seite, ne, äh, der hat plus 100 Speed circa, okay, das kennt man vielleicht noch, die Defense-Werte, okay, 26.000 Leben plus, what the fuck, und dann noch mal 1700 Attack, also ich meine, die 26.000 hinzubekommen mit, keine Ahnung, 1200, ist, wär schon gut, aber hier sind 1700 drauf. Violent Will, ja, also der ist auch so in einer recht langsamen Kombination, der rasiert richtig, der wird auch so in einer Sheared Will Kombination wahrscheinlich gespielt, hier sind Willerunen drauf, kann ich mir sehr gut vorstellen, was ich gerade schon gesagt hatte, Galion, Tiana, Ongeyoki, äh, das kann man sehr gut miteinander spielen, Bruder, der wird richtig böllern, also der, ich hätte auch mal so gerne, ne, leider, erhöht, kommt du aus, die LDNet5-Raten nicht, aus welchen, mir, aus mir unerfindlichen Gründen, äh, wenn man die LDNet5-Raten wahrscheinlich erhöhen würde, hätte man auch viel mehr Spaß wahrscheinlich an den Monstern, an den Runen und alles, einfach, weil mehr Verfügbarkeit sorgt auch dafür, dass mehr Leute Runen farmen müssen, weil sie ja die Monster haben, äh, oder sich mehr dazu auch motiviert, vielleicht auch fühlen, die Monster, äh, zu erfarmen, äh, beziehungsweise die Runen dafür zu erfarmen, und, äh, ja, so ein Ongeyoki hätte ich auch mal ganz gerne, ne, also falls noch jemand eigene Rumliegen hat, nein, Spaß, aber Ongeyoki, richtig guter Monster, ihr habt da mal so ein richtig OP-Bild von Ongeyoki gesehen, holy shit, der drückt richtig, und ja, das war gewesen, unser kleiner Onimusha-Guide, ich hoffe, ihr hattet so einen kleinen Eindruck, wie man die Onimushas jetzt ruhen kann, äh, heute mal eine 4-Sterne-Variante gewesen von unseren Monster-Guides, ich hoffe, Anfragen habt, ich überlege, ob ich vielleicht vor allem die neueren 4-Sterne-Monster, ich denke da so vor allem auch an die Sniper und Co., ob ich die vielleicht in nächster Zeit noch ein bisschen näher betrachte, weil die ja noch recht neu sind und vielleicht noch nicht so viele Informationen dazu auf YouTube verfügbar sind, sodass ich die euch mal ein bisschen näher bringen können, was haltet ihr davon, äh, schreibt gerne mal eure Meinungen zu den weiteren 4-Sterne- oder sogar 5-Sterne-Monster-Guides dazu, welche Monster wollt ihr vielleicht noch mal haben, vielleicht mach ich auch noch mal so eine Community-Tab-Umfrage, welche Art von, oder welche Monster ihr haben wollt, ihr könnt da gerne auch noch mal Einfluss nehmen über die Kommentare, könnt ihr auch mich influenzen, ne, ich bin nicht der Influencer, sondern ihr, äh, influenzt mich jetzt mal in den Kommentaren am besten, welche 4- oder 5-Sterne-Monster ihr in der nächsten Monster-Guide sehen wollt, äh, das wir die noch mal mit besprechen, äh, und dann würde ich sagen, ja, warst du doch schon wieder gewesen für dieses Video, vergesst nicht, wenn euch diese Serie an sich gefällt, den Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und dann bin ich wieder raus für heute, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.